Ja, moin miteinander. Wir haben uns das, glaube ich, alle anders vorgestellt. Den Ossilop 2020 will ich von Benza-Siel wieder lostramend nach Leer. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich muss sagen, ich bin Elzard Wilkes und seinem Team sehr dankbar, dass der Ossilop trotzdem stattfinden kann, trotz aller sozialen Einschränkungen. Wir werden per App laufen und der Test der App ist heute. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich marschiere hier auch gleich los, zusammen mit meiner Tochter, die aufgrund der Corona-Pandemie diesmal zum ersten Mal mitlaufen kann, auch per App mitläuft. Ich bin sehr gespannt, wie es uns gefällt. Und Dienstag geht es dann richtig los. Heute ist die Generalprobe und Dienstag laufen wir dann alle los. Eine Rekordteilnahme. Elzard, ihr habt das richtig klasse gemacht, dass der Ossilop trotzdem stattfindet und dass ihr dieses Experiment eingegangen seid. Dafür meinen herzlichen Dank. So, und jetzt allen Läuferinnen und Läufern bei der Generalprobe viel Spaß, auf das die Technik hält und wir trotzdem, ja, ein Laufvergnügen haben, ein Lauffest der anderen Art. Ossilop, Anis. In diesem Sinne, gut Lauf!